Hallo, ich heiße Camilla und ich komme aus England. Ich wohne in London und heute werde ich dir meine Stadt zeigen. London hat ganz viele tolle Sehenswürdigkeiten und nach dem Film würdest du wissen, was die alles sind. Aber bevor wir losgehen, müssen wir prüfen, dass du die wichtigste Sache dabei hast. Erstens brauchst du deine Fahrkarte, dein Ticket oder Travelcard, damit wir mit dem Bus und U-Bahn fahren können. Hast du auch Geld dabei? In England ist unser Money Pounds. London ist nämlich sehr teuer. Oh, und was du natürlich nie vergessen darfst, ist dein Regenschirm. England ist für nasses Wetter weltberühmt. Alles eingepackt? Also, los geht's! London hat 7,5 Millionen Einwohner und ist die größte Stadt Europas. Es hat eine Landfläche von 1579 Quadratkilometern und die Hauptsprache ist Englisch und dazu kommen 300 zusätzliche Sprachen, die alltäglich in London gesprochen werden. Wow! Also, ich habe die Karte dabei und wir fangen in Trafalgar Square an. Trafalgar Square ist ein Platz in der Mitte von London. Da drauf steht Nelsons Column und auf Nelsons Column eine große Säule. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und auf www.sofatutor.com